dass die Framerate hier stabil bleibt und dass man jetzt hier die Kakteen voll weiterbauen kann. Hier machen wir doch auch nochmal irgendwie was hin dann. Ach hier, da schmiert die Framerate schon ein bisschen ab. Jetzt ist sie gerade bei 10 unten angelangt, das ist natürlich weniger gut. So. Ach. Jetzt kriege ich auch noch hier Posts. Ach ja, okay. Okay, ach jetzt, da muss ich dann doch mal kurz hier ein bisschen stoppen, dass es nicht so leckt. Das ist jetzt gerade schon hart am Lecken. So. Mal kurz die Aufnahme abgebrochen, wieder gestartet, jetzt muss es eigentlich wieder gut funktionieren. Ähm, ja, das, so. So. Jetzt füllen wir uns einfach alles mit Sand aus, wir haben ja genügend Sand jetzt geholt. Und wir sind ja direkt am Strand, daher müssen wir auch nicht sparsam mit dem Sand umgehen. So. Der Hammersee. Die pflanzen uns einfach gleich dopp... Okay, jetzt habe ich keine mehr. Dann müssen sie von alleine doppelt wachsen. Und Kürbese habe ich jetzt auch keine mehr. Aber wir haben noch irgendwo Gravel. Richtig, hier. Und das müssen wir uns eigentlich noch voll fertig bauen. Ach, das ist... Wie komme ich dazu, das Falsche hinzubauen? Wie käme ich nur dazu? So. Weg damit. Vielleicht sollte ich doch mal... Wartet. Hier kurz reingucken. So. Schreibt mal hier mal noch kurz, ähm... Bin noch am Leben. Noch am Leben. Aber wer weiß, wie lange noch. Aber wer weiß, wie lange. So. Minecraft LP. So. Dann schreiben wir das mal rein. Und weiter geht die Runde. Ach, ich denke, hier bin ich echt in einem Frame-Loch drin. Mit dem viel Kakteen und so. Also, für eine Twitter-Aufnahme vielleicht doch nicht das Beste. Merke ich gerade. Also, vielleicht sollten wir hier dann nachher mal weiterbauen. Würde ich vorschlagen. Ah, schnell weg hier von dem Frame-Loch. Dass sich die Frame-Rate wieder abreagiert. So. Hallo. Hallo. So. Jetzt geht's wieder. Und dann machen wir das einfach ein andermal. So. Ui. Jetzt aber. Das war doch ein richtiges Frame-Loch da hinten. Und wenn man da noch so viel offen hat wie ich gerade, dann ist das übertrieben. Wir wollten ja hier drin auch nochmal eine Runde weitermachen. Schauen wir mal, was wir da jetzt alles so finden. Kohle haben wir hier noch. Ähm, das bauen wir einfach mal noch mit. Ab, die Kohle. Die nehmen wir auch noch mit. So. Mh, 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 mh. So, wo geht's jetzt hier eigentlich weiter, frage ich mich gerade. Hier, oder? Aha, was war hier nochmal? Ach, hier haben wir, glaube ich, irgendwie... Ah, hier war das, genau. Hier war das also. Ach, wir wollten uns ja mit Sand noch Eisenklötze machen. Mh, 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 mh. Aber das machen wir dann erst, wenn wir die Kohle hier rausgestapelt haben. Denn hier ist auch noch jede Menge Kohle drin, wie ich gerade bemerke. Jede Menge Kohle. Wie kommt denn hier so viel Kohle hin? Da muss ich ja glatt nochmal auftauchen, um die ganze Kohle mitzunehmen hier. Das ist ja schon hart übertrieben. Ach ja, ist ja in Ordnung. Das baue ich jetzt schon mal schnell voll ab. Jetzt komm, jetzt nicht so hartnäckig. Ja, okay, ich gehe ja schon nach oben. Oh, bitte schäbe mich da. Ähm, ähm, ähm. Na, schreib mal kurz noch was entwittert. Okay, bin gerade durch Dummheit gestorben. Hm, durch Dummheit, wenn man es so nennen darf. Hä? Okay, das war wohl nichts, was ich da jetzt gerade fabriziert habe. Ähm, das war wohl doch nicht ganz so schlau, die Kohle da unten abzubauen. Ähm, ja, ich weiß ja nicht, wie man es jetzt nimmt. Ähm, wir hatten aber schon sehr viel dabei, muss ich zugeben. Aber dass ich jetzt so schnell... Ja, ist ja schön. Oh ja. Okay, dann weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht, was ich jetzt machen soll. Ähm, wir sind durch Dummheit gestorben und, ähm, ja, das heißt... Erstmal wir da ein bisschen Zeugs mitnehmen. Hier eine Steinhacke nehmen wir uns einfach mal nur mit. Eine Steinhacke und mehr nehmen wir nicht mit. Mehr nehmen wir einfach nicht. Okay, vielleicht noch ein paar Fackeln. Nehmen wir vielleicht noch mit. Hätten wir vielleicht doch ein paar liegen lassen sollen. So, vier Fackeln, mehr nehme ich jetzt nicht mit. Und dann nehme ich noch... Ach, Sand haben wir hier noch zum Glück. Dann machen wir das mal noch kurz hier. Ähm, hier. Äh, da war doch mal was drin. Ach, da war nie was drin, gell. Wir haben nicht zufällig noch Iron, Iron... Ach, scheiße. Ach. Das ist jetzt natürlich... Das ist jetzt natürlich ärgerlich. Das ist jetzt natürlich ärgerlich. Sehr ärgerlich. Sehr ärgerliche Dummheit kann man es nennen. Da redet man bestimmt noch jahrelang drüber. Jahrelang. Herr Reeves ist gestorben und er hat zum Glück war hochzugehen. Ah, oh, man, 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 man. Wie verpeilt man doch durchs Leben gehen kann. Naja, was soll's. Auf ein neues. Auf ein neues. So, dann gucken wir mal. War dann doch nicht... Ich hoffe, dass mein Zeug jetzt hier noch irgendwie dumm rumliegt. Wenn nicht, dann wäre es scheiße. Nehme mal alles mit. Nehme mal mit. Nehme mal mit. Nehme mal mit. Nehme mal mit alles. Ich will das ja wieder haben. So, da unten liegt auch noch was. Das will ich alles wieder mitnehmen. Nein, nur so nebenbei. So, und jetzt gehe ich... Ach, hier ist... Hier ist gar kein Wasser. Ja, wahrscheinlich ist hier jetzt kein Wasser mehr, weil ich hier gestorben bin. Jetzt kann ich wenigstens hier in Ruhe die Kohle... Ach Gott, jetzt ist hier doch Wasser. Jetzt, jetzt, diesmal kriegt's mich nicht mit. Diesmal nicht. Ne, ne, zweimal nicht, mein Freund. Und schon gar nicht bei dieser Playlist gerade. Also, da könnt ihr mich mal gerne haben. Die Kohle baue ich nachher irgendwann mal ab, wenn ich dann wieder Lust dazu habe. So, jetzt haben wir wieder alles. Merke ich gerade. Jetzt tun wir doch mal hier ein bisschen... Ähm, vielleicht doch noch eine Kiste bauen. Ach, mir haben wir hier noch Kisten. Ach, wir können aber nichts... Doch, wir können. So, jetzt bauen wir hier einfach mal noch ein paar Kisten auf. Ach, das sind zu ne Kisten. Scheiße. Ach, dann, dann stellen wir die einfach mal hier so hin. Ich will, was brauche ich zu ne Kisten? Ich brauche doch keine Kisten, die zu sind. Ich brauche Kisten, die offen sind. So, dann bauen wir uns mal ein paar Kisten, die offen sind. So, da, 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 so. Jetzt haben wir eine Kiste, die offen ist. Und die werden wir jetzt hier, denke ich mal, vielleicht noch hier anschließen. Und dann werden wir hier gleich mal noch ein bisschen was reinpacken. So, hoho. Unsere Rüstung tun wir da rein. Die zieht sich die doch jetzt nicht mehr an. Also, immerhin haben wir nichts verloren. Jetzt klingelt das Telefon in der Twitter-Aufnahme. Sekunde. So, da sind wir wieder zurück. Musst ihr kurz eine Unterbrechung einlegen. Handwerker und sowas halt, ne? So. Erstmal schreibt man bei Twitter, es geht weiter. So, Minecraft-Aufnahme. Geht weiter. So, jetzt haben wir das auch. Ich höre hier doch schon wieder ein Creeper. Okay. Was wollte man noch reintun? Hier sind wir irgendwie stehen geblieben, ne? So, das nehmen wir mal weg. Brauchen wir ja eigentlich nicht. Fackeln tun wir einfach nochmal welche dazu. Also, so viel brauchen wir ja hier eigentlich nicht. Lassen wir lieber hier unten mal. Was ist das denn jetzt? Hört ihr das auch oder nur ich das? Es ist weg. Okay. Dann schauen wir mal, was wir jetzt machen. Hier ist ein Hohlraum. Aha. Okay. Erstmal vielleicht den Creeper holen, der hier schon auf uns wartet. So. Vielleicht grabt man es einfach mal hier noch rein. Mal gucken, wo wir hier rauskommen. Da bin ich doch mal gespannt. Und ob wir vielleicht jetzt mal wieder ein bisschen Eisen finden. Ach ja, wir haben hier unser Eisen wieder. Das heißt, wir könnten theoretisch das mit dem Sand jetzt mal machen. So. Und es wird dunkel. Die Musik wird spannender. Und wir haben wieder Kohle. Jede Menge Kohle. Ach, da oben, da ist Licht. Dann heißt es, es ist schon wieder Tag. Und wir sind immer noch unterwegs. Jede Menge Kohle finden wir. Jede Menge Kohle finden wir. Und da ich das nicht will. Machen wir mal wieder. So. Und weiter geht's. Machen wir hier einfach mal eine Fackel hin. So. So. Ich bin echt gespannt, wie weit es noch geht. Und wie weit unten wir eigentlich sind. das wäre doch echt mal eine Frage. Hm. Oh, hier wird es dann wahrscheinlich rausgehen. Ja, hier wird es, denke ich, rausgehen. Hm. Oh, und die nächste Aufnahme läuft. Jetzt muss ich doch ganz kurz hier nochmal was schauen. So. Also gut, hier, hier geht es jetzt, denke ich, dann mal raus. Jetzt nehmen wir doch mal die hier. Ach, die haben wir nicht dabei. Doch, die haben wir. Dann schauen wir mal. Wo wir jetzt hier rauskommen. Das würde mich jetzt interessieren. Ach, wie schön. So, und wir sind irgendwo dort hinten rausgekommen, wo die Skelette auf den Bäumen hängen. Da machen wir dann auch mal ein paar Fackeln hin, dass man hier Bescheid weiß. Und dann locken wir doch mal den Creeper hier rein. Komm, schön. Ja, brav. Jetzt würde man dem doch mal eine Falle stellen, oder? Komm. Ähm. Du bist nur das Lauch. Komm jetzt her. Oh, 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 oh So. Ich bin gespannt, wie lang der da jetzt unten drin ist. Hier ist er drin. So. Leuchten wir hier einfach mal noch ein bisschen aus. Und hier geht es rein. Das müssen wir uns auch merken. Aber wir machen... Sollten wir noch einen rein? Ach komm, das machen wir doch gleich nochmal mit einem. Heh heh heh. Heh heh. Heh heh heh. Eh. Sind die dead?